Oh, die letzten Runden, die ich gespielt habe, waren auch mega behindert. Voll die komischen Leute bei mir unterwegs die ganze Zeit. Gefühlt 500 Punkte verloren. Oh, nice. Jetzt haben die das Schild aufgestellt. Ich wollte eigentlich Zombie Knight Terror aufnehmen. Habe jetzt bis zur Stelle gespielt, wo ich zuletzt war, weil ich mein Windows neu gemacht habe und der Spielstand war weg. Und bis jetzt nicht wirklich dazu bekommen. Oh, Junge. Oh, ich lebe noch. Eine Zeit lang habe ich ja nicht wieder gespielt. Also, ich wurde halt wieder überlebt. Fuck, wo kommt die ganze Heilung her? Das Spiel ist ja nicht so laut. Nee, oder? Zumindest kommt mir das nicht so laut vor. Fuck. Ah, Mann, ihr Bastion, ey. Ah, den geht mir auf den Sack. Ah, die Null. Ich war jetzt mit Beizeid Always-Klar. Ich hatte noch mehr. Oh Danke für den Euro, Angelo Freue ich mich. Dankeschön Donate sich auch schon ein bisschen länger nicht mehr Wer es für mich mitteilen würde, Dankeschön Ach nee, als ob die mich jetzt beteupt beim Ultimate Ach, als ob Wie wird die Ratte jetzt sein? Oh Leute, kommst du noch mal her? Komm Komm Lass mich mal kurz warten Äh, kann ich schon, aber auch was Äh Du kannst gut zocken als Gewehr Ja, ja, Dankeschön Aber so gut spiele ich gar nicht Aber trotzdem danke Bin nicht schief Oh, Lul Hab ihn Wer ist das? Ja, ok Uff Hab die umgebracht, die hat mich betäubt Warte, mein Shadow Storm Die kommt bekannt vor der Name Ich glaube, ich hab mal mit ihm in einer Runde gespielt Oh nein, nein Oh nein, nein Nein Oh, fuh Verrat mich gegessert Was ist denn? Ja, hab mich schon gedacht, dass die MVP wird Ja, hab mich schon gedacht, dass die MVP wird Ich hab hier drei Kills gemacht, was aber auch nicht wirklich schwer mit Fahrer ist Ich hab hier drei Kills gemacht, was aber auch nicht wirklich schwer mit Fahrer ist Ich habe das